Autovermietung Vielleicht sind wir erfahrene Touristen, die gut alleine zurechtkommen. Nachdem wir unser Hotelzimmer haben, brauchen wir eine Wagenvermietung. Der Ort, wo wir einen Wagen mieten können. Wagenvermietung Nun, sitzen wir in der Vermietungsagentur und stellen uns der freundlichen Mitarbeiterin vor. Guten Tag, ich heiße... Olá, mein Name ist... Olá, mein Name ist... Wir sind jedoch nicht zufällig hier. Ich habe einen Wagen vorbestellt. Eu reservei um carro. Eu reservei um carro. Hier ist die Bestätigung und das mein Führerschein. Aqui está meu comprovante e a carteira de habilitação. Aqui está meu comprovante e a carteira de habilitação. Und wenn nicht alles schon vorher vereinbart wurde, fragen wir... Welche Wagen sind verfügbar? Que carros você tem disponíveis? Que carros você tem disponíveis? Ich hätte gern einen kleinen Wagen oder einen mit Automatik. Ich will den Wagen am Flughafen zurückgeben. Jeder höfliche Wunsch beginnt mit... Ich möchte gern. Ich möchte gern. Eu gostaria de... Ich möchte gern einen Wagen für einen Tag oder zwei Tage mieten. Alugar um carro por um dia. Dois dias. Alugar um carro por um dia. Dois dias. Oder... Den Wagen für eine Woche mieten. Alugar um carro por uma semana. Alugar um carro por uma semana. Auch das sollte man im Voraus klären. Soll ich den Wagen in... Zurück geben? Devolver o carro no... Na... Devolver o carro no... Na... Ich möchte mit Kreditkarte bezahlen. Möchte mit Kreditkarte bezahlen. Pagar con cartão de crédito. Pagar con cartão de crédito. Und worum bitten wir, wenn der Kofferraum des reservierten Autos uns zu klein ist? Das kommt schließlich vor. Ein Upgrade meiner Bestellung. Mudar para un carro maior. Mudar para un carro maior. Manchmal haben wir Sonderwünsche. Einen Kindersitz oder eine Fahrradhalterung. Hat dieser Wagen... Este carro tem... Este carro tem... Zum Beispiel... Automatik oder... Eine Klimaanlage. Transmissão automática. Ar-condicionado. Transmissão automática. Ar-condicionado. Und jetzt geht es um das liebe Geld. Enthält dieser Preis... Niemand plant Autounfälle. Dennoch sollte man dieses Thema besser vorher abklären. Hat dieser Wagen eine Versicherung? Segur... 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 Este preço... Não inclui... Este preço... Não inclui... Manchmal müssen wir Sicherheiten hinterlegen. Ein Auto ist teuer. Eine Kaution in Höhe von... Es gibt Dinge, die man vorher prüfen sollte, um Unklarheiten zu vermeiden. Bitte notieren Sie, dass der Wagen keinen Ersatzreifen hat, dass hinten rechts eine Delle ist und so weiter. Bitte notieren Sie, dass der Wagen... Por favor, anóste que este carro tem. Por favor, anóte que este carro tem. Eine Schrame... Eine Delle am... An der... Um Arranhão... Amassado em... Um Arranhão... Amassado em... Keinen Ersatzreifen. Sem Steppe... Ein halbvoller Benzintank oder ein halb leerer. Hauptsache, wir haben die Sache überprüft. Einen halbvollen Benzintank. Meio Tanque de Gasolina. Meio Tanque de Gasolina. Bevor wir uns verabschieden, heißt es... Hier ist eine Karte und eine Liste unserer Büros. Aqui está un mapa y una lista de nuestras filiais. Aqui está un mapa y una lista de nuestras filiais. Und was haben wir vergessen? Das Auto. Wo ist das Auto? So, der Wagen steht... O carro está... O carro está... Gute Fahrt... Boa viagem... Boa viagem... Oder auch... Viel Spaß auf dem Ausflug! Faça uma boa viagem... Faça uma boa viagem... Boa viagem...